Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge machen wir wieder mal eine Analyse und zwar machen wir eine Analyse über Zencash. Das wurde letztens via Kommentar gewünscht. Wenn auch du eine Analyse wünschst, dann unbedingt unten im Video kommentieren bzw. uns einfach eine E-Mail schreiben oder am besten einfach mitmachen in der Telegram-Gruppe. Das Ganze ist verlinkt in der Videobeschreibung bzw. der Podcast-Beschreibung. Da haben wir immer wieder interessante Diskussionen über unterschiedlichste Themen und eines der Themen werde ich heute auch ein bisschen durchleuchten und zwar das ganze Masternode bzw. das Geldverdienen oder das passive Geldverdienen mit Kryptos ein bisschen erläutern. So, bevor wir hier loslegen, es geht wie gesagt um Zencash. Erstmal, wenn wir hier anfangen, wir fangen immer mit der Webseite an, schauen wir uns Zencash an. Hier steht Zencash, the secure and private platform for money, messages and media. Also Geld, Nachrichten und Medien bzw. Medienkanal. Und da sehen wir eigentlich auch schon so ein bisschen den Split hier. Wir haben hier Zencash, das ist für Geld gedacht. Wir haben Zenchat for messaging, also zum Nachrichten austauschen. Wir haben Zenpub für die Medien, das Ganze ist noch in Entwicklung. Und dann haben wir noch Zenhide. Das Ganze ist für Webtraffic und das ist auch noch in Entwicklung. Die Webseite grundsätzlich sehr spannend, also sehr gut gemacht meiner Meinung nach. 21 Millionen Zencash. Wieso genau 21? Zu dem kommen wir noch gleich. Ja, hier sonst viele Buzzwords, also viele so modische Wörter, die man eben, ja, das sicherste System, DAOs, Mineable, Most Secure etc. etc. Das verkauft sich natürlich gut, wenn man das Ganze so ein bisschen von außen bzw. wenn man sich nicht auskennt, ein bisschen liest. Dann hier eine öffentliche Roadmap. Wir sind etwa hier bei den Secure Nodes bzw. Research und Development. Und zu der Roadmap sage ich gleich noch etwas, dann geht es hier weiter. 2019. Dann haben wir hier zwei Links zu zwei White Papers. Es gibt ein altes, in Anführungsstrichen, White Paper und dann gibt es noch das New Zen White Paper, weil das Ganze eben in Überarbeitung ist. Dann hier noch ein Link zum Team. Wallets, wie man meint, etc. und dann noch ein paar Links zu unterschiedlichsten Seiten und hier noch weitere Informationen sowie der Blog. Hier unten eben Telegram Channel, Discord. Wie immer, Leute unbedingt auch die sozialen Medien abchecken, anschauen. Wie kommunizieren die Leute? Sind sie wirklich freundlich bzw. sind sie transparent? Kommunizieren sie entsprechend, wenn es wichtige Updates gibt bzw. zum Beispiel, wenn man auf Reddit schaut, gehen sie wirklich auf die Community ein, ja oder nein. Aber wir fangen natürlich an mit, ich sag mal, dem Zentrum der Technologie. Wir fangen an mit dem White Paper. Und zwar haben wir hier das White Paper von 2017, letzten Jahres, also Mai 2017. Das Ganze wurde geschrieben von Robert Viglione, Rolf Versluis und Jane Lippincott. Die werden wir separat nochmal anschauen. Und hier ziemlich lang, ich glaube 23 Seiten genau. Und hier steht eigentlich genau schon, was eigentlich Zen Cash genau ist. Zen is a collection of product services and businesses built around an enabling technology stack, employing zero knowledge proofs and a core set of beliefs. Last Also Zen ist eigentlich eine Plattform, bzw. Zen Cash ist wahrscheinlich die Währung, Zen ist die Plattform. Ziel ist es, Produkte, Dienstleistungen und Geschäfte, bzw. wahrscheinlich Applikationen anzubieten, die eben über einen gewissen Bereich spannen, bei welchem man von allem, vor allem eben eine gewisse Ideologie vertritt. Und zwar bei Zen ist die Ideologie eben bzw. die Philosophie, dass Privatsphäre ein Menschenrecht ist und dementsprechend auch respektiert werden muss. Deshalb wurde das gesamte Zen-Netzwerk eigentlich auf Privatsphäre ausgelegt, was sehr spannend ist für die Leute, die das nicht wissen. Der, ich sage mal, die historische Zusammensetzung bzw. ein großer Teil des Teams kommt ursprünglich aus Zen Cash bzw. Zen Classic und ist so ein bisschen, hat so ein bisschen das Beste aus allen Welten genommen. Also die Gründer, die auch Zen Classic gegründet haben, haben, weil sie diesen sogenannten Founders Reward, 20%, hat ihnen nicht gefallen. Deshalb haben sie das komplett rausgenommen. Dieser Founders Reward ist, glaube ich, jetzt im Moment gerade auch in den Medien in Diskussion. Und zwar sagt man eben, ich glaube, der Gründer heißt Zuko, der Gründer von Zcash. Dort wird eben diskutiert, hey, wieso verdient dieser Typ so viel Geld? Sollte das nicht eher an die Community bzw. das Projekt gehen? Aber das ist eine andere Diskussion, lassen wir jetzt mal außen vor. Das heißt, Z Classic wurde gegründet, weil man eben mit diesen 20% Founders Reward nicht einverstanden war. Hat dann Z Classic gegründet, mehr oder weniger erfolgreich. Können wir auch mal ein anderes Mal noch analysieren. Aber was grundsätzlich anders ist zwischen Zencash und Z Classic und deshalb eben auch die Gründung von Zencash, da muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verspreche. Z Classic ist ein komplettes Open Source Projekt. Das heißt, es besteht eigentlich nur aus freiwilligen Helfern, die eigentlich ihre Freizeit dazu opfern und um das ganze Projekt eigentlich weiterzubringen. Das heißt, Z Classic wird als Open Source Projekt wie irgendein Open Source Tool, das ihr kennt, weitergeführt. Das heißt, es lebt von der Community. Es kann aber auch durchaus aussterben, falls keine, ich sag mal, Driving Force, also jemand, der das Ganze ein bisschen anzieht, dahinter steckt. Bei Zen Classic ist es ein bisschen anders, weil sie wollen das Ganze eben in eine Plattform umwandeln und hier steht, with internal funding to facilitate a broader set of communications, file sharing and economic activities. Das heißt, es ist ganz klar, Gelder sind vorhanden bei Zencash. Das Ganze wird angetrieben von eigentlich der Philosophie, dass man eben Kommunikation, file sharing und auch wirtschaftliche Aktivität fördern möchte. Und deshalb ist ein Zencash, ich sag mal, fundamental anders von Z Classic, aber man, ich sag mal, rein ideologiemässig fokussiert man sich eben auch auf Privatsphäre. Hier sehen wir, Zen hat gewisse Spezifikationen. Man sieht hier, Block Reward ist 12,5 Zencash. Block Generation geht etwa 2,5 Minuten. Die Block Size ist 2 Megabyte. Und das Ganze braucht den sogenannten Equihash-Algorithmus, der eben auch Proof-of-Work ist. Hier, und zu dem komme ich auch nochmal gleich, Division of each Proof-of-Work, Block Reward and Transaction Fees between Miners and other Stakeholders. Das heißt, für jeden Block, der gemeint wird, gehen 88% an die Miner, 5% an eine oder mehrere DAOs, 3,5% an sogenannte Secure Node Operators, 3,5% an das Core Team. Jetzt, im neuen White Paper steht hier bereits, dass es hier Änderungen gegeben hat. Und zwar, Node Operators will receive 20% of Block Rewards and increase from 3.5 previously. Also, wir haben hier Node Operators, haben wir eben die 3,5%, die bekommen jetzt 9,20%. Das ist eine sehr, sehr starke Steigerung. Aber, this will be split such that Secure Node Operators will receive 10% and Super Node Operators will receive 10%. Das heißt, die Node Operators bekommen zusammen 20%. Das wird aber runtergebrochen, 10% auf die Secure Nodes und 10% auf die Super Nodes. Was die Super Nodes genau sind, bzw. Secure Nodes, das schauen wir uns gleich nochmal an. Treasury will receive 10% of Block Rewards and increase from 8.5 previously. Sehen wir hier lustigerweise nicht. Und dann haben wir hier noch Miners will receive 70% of Block Rewards, a change from 88% previously. Also, wir haben hier 88% vorher gehabt, eben vor einem Jahr. Jetzt neu 70%. Das heißt, das Ganze, die Steigerungen werden eigentlich von hier so ein bisschen finanziert, sagen wir mal. Für Miner eher ein negatives Geschäft, oder? Man hat jetzt investiert in das Mining Equipment, mind jetzt eigentlich Zen Cash und kriegt jetzt weniger Reward. Aber geschickt eigentlich gelöst für die Leute, die eben Zen Cash, bzw. diese sogenannte Secure Nodes am Laufen haben, die kriegen jetzt durchaus mehr Geld, bzw. Zen. Also, erstmal, was ist eine Secure Node? Ein Secure Node ist grundsätzlich nichts anderes, als eigentlich ein Teil, ein Knoten im Netzwerk, das eigentlich das Netzwerk aufrecht erhält. Steht hier, ensure all network communications are encrypted between nodes. Das heißt, zwischen diesen zwei Knoten sollte die ganze Kommunikation verschlüsselt sein. Das heißt, ein Secure Node regelt auch das. Dann steht, maintain full Zen Cash Blockchain. Das heißt, auf jedem Secure Node ist die komplette Zen Cash Blockchain vorhanden. Provide certificate-based encryption connections for Zen Cash wallet applications. Das heißt, für die Wallets, die auf dem ganzen Netzwerk laufen, wird eben auch diese Verschlüsselung durch diese Secure Nodes bereitgestellt. Über Super Nodes ist in diesem White Paper noch gar nichts zu finden. Deshalb bleiben wir noch bei diesem, kurz bei diesem White Paper. Dann geht man im White Paper eben kurz auf diese, ich sag mal, Applikationen, bzw. Dienstleistungen ein. Wir haben hier ZenTalk, ZenPub, ZenHeight, die auch bereits diskutiert wurden. Jetzt ZenTalk, das gefällt mir nicht so gut. A new type of secure communications network that allows for one-to-many communication. Sehr gut. Using the blockchain to store messages permanently. Jetzt, mir ist bewusst, dass wenn man Nachrichten in einer Nachrichten-App, das heißt WhatsApp oder Telegram verschickt, dass diese Nachrichten in einer Datenbank gespeichert werden könnten. Jetzt zum Beispiel E-Mails wie ProtonMail funktionieren da ein bisschen anders. Man hat auch sogenannte zeitlimitierte Nachrichten. Telegram hat das auch. Das heißt, wenn jetzt sagen wir 24 Stunden vergehen oder 8 Stunden vergehen, werden diese Nachrichten komplett gelöscht und sind unwiderruflich gelöscht. Bei ZenTalk, bzw. das ist natürlich die ganze Idee der Blockchain, wird das nicht möglich sein. Und ich finde eben, wenn man auf, ich sag mal, Privatsphäre fokussierte Nachrichten-Apps geht, sollte man das vielleicht das Ganze nicht auf der Blockchain speichern. Weil, ja, sie brauchen ein State-of-the-Art Verschlüsselungsprotokoll dahinter. Absolut bin ich bei euch. Aber das Problem hier ist einfach, dass der Tag wird kommen, bei welchem auch diese Verschlüsselung ein Problem, in das Problem laufen wird. Und wenn dann eben dieser Tag kommt und diese Nachrichten veröffentlicht werden, ist das eben keine gute Sache. Heißt das, dass wir persönlich nur Telegram-Messages und SMS und WhatsApp eigentlich nur verschlüsselt oder irgendwie löschen oder gar nicht brauchen? Nein, heißt es natürlich nicht. Aber ich finde eben, wenn man, ich sag mal, solche Tools mit Privatsphäre-Fokus rausgibt, dann muss da ein bisschen mehr Überlegung dahinter sein. Und das konnte ich leider nicht richtig finden im White Paper. Dann wird im White Paper noch etwas von sogenannten T- und Z-Transaktionen sowie von T- und Z-Adressen gesprochen. Ganz einfache Erklärung. T-Adressen sind eigentlich, sind sogenannte Transparent Transactions oder Adressen. Und bei den Transparent Transactions ist es eigentlich nichts anderes, als wenn ihr von einer Bitcoin-Adresse zu einer anderen Bitcoin-Adresse etwas verschickt. Man sieht quasi beide Adressen und kann anhand von diesen Adressen eigentlich auch gewisse Transaktionen zurückführen. Bei einer C-Adresse bzw. Z-Adresse bzw. Z-Transaktion ist das nicht möglich. Das Ganze wird eben so genannt geschildert. Ist die gleiche Technologie, die bei Z-Cash bzw. Z-Classic eben in Praxis angewendet wird. Das ist noch ein wichtiger Unterschied. Dann haben wir noch ein bisschen eben zur Verschlüsselung von Zen Talk, eben diese AES 256 mit Perfect Forward Secrecy Verschlüsselung. Das ist natürlich wie gesagt State of the Art, ist momentaner Standard, was Verschlüsselung anbelangt. Dann haben wir noch Zen Pub, Zen Hide. Da ist es glaube ich das Ziel, so ein bisschen etwas Ähnliches wie Tor zu machen bzw. noch eine andere Technologie zu benutzen. Ich möchte hier nicht zu fest eigentlich in das Ganze reinschauen. Hier wird noch ein bisschen etwas von den Secure Nodes berichtet. Hier steht eben Recommended Memory is more than 4 GB. Und wenn wir hier eigentlich schauen, dann sehen wir hier auch, Nodes configured with 4 GB of RAM and 2 GB of Swap have shown to reliably pass challenges. Man muss sogenannte Challenges immer wieder erfüllen, um eben als Secure Node aktiviert zu sein. Deshalb 4 GB. Und wieso das noch relevant ist, zu dem kommen wir auch noch mal gleich. Ein Secure Node muss mindestens 42 Cent Cash auf dem Server haben. Wenn wir hier so ein bisschen schauen, dann sind das momentaner Preis ist glaube ich genau 25 US Dollar und 78. Das heißt, das mal 42. Und noch ein bisschen, ich sag mal ein paar Cent, ein paar Rappen müssen da noch drauf sein, eben um diese Challenges zu erfüllen. Das heißt, ihr müsst mit, ich sag mal 43 bis 45 Cent Cash auf dem Server rechnen, um eine sogenannte Secure Node am Laufen zu halten. Dann gibt es noch hier ein paar Punkte zu der Governance und die Dezentralisierung, sehr viele, ich sag mal, philosophische Aspekte. Beim DAO finde ich jetzt, ist das Ganze, es wird ein bisschen, so eine Infrastruktur wird eigentlich so indirekt vorgegeben, beziehungsweise was das DAO oder der DAO in diesem Sinne kontrollieren darf, wird hier auch noch ein bisschen diskutiert. Und es wird dann, das Ziel ist dann eigentlich, dass man eben drei bis fünf DAOs insgesamt mit Cent Cash fördert. Hier auch, wie das Ganze beim Voten gebraucht wird, das heißt, es wird, beziehungsweise das wird vorgeschlagen, jeder DAO sollte etwa, etwa, glaube ich, sechs Mal, das heißt, alle zwei Monate eine Art Abstimmung haben, für, sag mal, technische Änderungen oder Governance Änderungen und bei denen werden eben auch sogenannte Zen Cash gebraucht, um eben auch zu voten. Man muss quasi wie mitbezahlen, um auch voten zu können und ein Teil dieser Zen Cash geht dann natürlich auch an die Secure Nodes. Hier wieder noch ein bisschen über das Core Team, beziehungsweise Leadership, die ethischen Aspekte und auch ein bisschen über die Konkurrenz wird auch noch gesprochen. Sehr spannend, alles in allem eigentlich gut. Ich hätte jetzt einen Teil weggelassen, vor allem eben, wenn man hier sagt, dass man so noch ein zweites White Paper gemacht hat, dann frage ich mich erstmal, wieso das erste, wieso das zweite, beziehungsweise wird dieses jetzt noch geupdatet? Hier steht jetzt System Upgrade Specification, von daher kann es durchaus sein, dass das noch ein kleines Stück ist, beziehungsweise, dass noch ein upgedatetes White Paper kommen wird. Hier im zweiten White Paper, was sehr spannend ist, eben nebst diesen, ich sag mal, wirtschaftlichen Änderungen, die sehr relevant sind, falls man eben einen sogenannten Node laufen haben will. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Und hier wird nochmal, die Secure Nodes werden hier nochmal erklärt, das heißt 42 Zen Cash, etwa 92% dieser Challenges, die an diese Adressen geschickt werden, müssen dann quasi erfolgreich geschafft werden. Und 92% Daily Uptime, das ist auch noch wichtig, das heißt 92% des Tages muss der Server am Laufen sein, beziehungsweise der Knotenpunkt. Was jetzt eben neu ist, ist diese sogenannte Super Node Infrastruktur. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu erläutern, finde ich die Grafik hier eigentlich sehr praktisch. Wenn wir hier so ein bisschen, ich sag mal, raus scrollen, okay. Wir haben eben die sogenannten Secure Nodes. Diese Secure Nodes sorgen eigentlich für das ganze Zen Grid, das heißt, die sorgen dafür, dass die Blockchain läuft, haben auch eine gewisse API, die sie zur Verfügung stellen. Die Super Nodes müsst ihr eigentlich wirklich wie Super Secure Nodes euch vorstellen, das heißt, hier läuft auch das ganze Zen Grid, aber zusätzlich laufen all diese Zen Apps, über welche wir gerade gesprochen haben, werden eben auch über diese Super Nodes laufen, sowie auch die API. Das heißt, es wird durchaus ein bisschen mehr Infrastruktur brauchen, das heißt, um eine sogenannte Super Node eben zum Laufen zu bringen, müsst ihr auch dementsprechend mehr investieren. Wie viel mehr zeigen wir euch gleich und dementsprechend kriegt ihr aber auch mehr Reward. Das heißt, ihr habt eigentlich jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könntet einen sogenannten Secure Node zum Laufen bringen oder einen Super Node. Der Super Node wird natürlich ein bisschen schwieriger vom Setup her sein. Der Secure Node ist eigentlich relativ einfach und ich komme gleich noch zu einer Anleitung, bei welcher ihr ein relativ einfach eine Secure Node, ein kleines Netzwerk eigentlich laufen haben könntet. Hier noch ein bisschen bezüglich, was für eine Infrastruktur gebraucht wird, um einen Super Node zum Laufen zu bringen. Eben 500 Zen, bei eben diesem momentanen Preis 25, eben mal die 500. Dann haben wir Multiple CPU Cores, mindestens 8 GB RAM, 100 GB Storage, 96% Node Uptime. Das heißt, ihr seht hier schon von der Infrastruktur her, ist nicht nur das Investment, das hier höher ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verrechne, mit etwa 10.000. Ja, 1.000, 10.000. Von daher, da ist definitiv mehr Investment drin, sowie auch die Infrastruktur, die hier zusätzlich dazu kommt. Aber dafür kriegt man eben auch im Payout mehr. Wie viel mehr, schauen wir uns auch nochmal gleich hier an. Sonst, was ich spannend finde, also hier eher wie ein wissenschaftliches Paper, aber hier, ich sag mal, eher ein bisschen Business angehaucht. Man redet zwar ein bisschen von Technologie, aber verpackt das Ganze sehr schön und so. Von daher auch spannend, wie sich so ein bisschen der Business-Gedanke geändert hat bei Zencash. Jetzt, was ich hier gefunden habe, ist der sogenannte Zencash Supernode und Secure Node ROI, also Return on Investment Calculator. Dann haben wir hier eben das, was wir bereits besprochen haben, was für Infrastruktur gebraucht wird. Wenn man nun diesen sogenannten ROI, also dieses Sheet eigentlich aufmacht, dann sieht man hier vom Investment her, Reward Pool for Supernodes, wie gesagt, die 10%. Wir haben hier die Secure Nodes mit den 10%. Der Preis von einem Zen ist momentan 25 US-Dollar. Und dann sehen wir hier Price of VPS, das ist ein eigener Server. Bei einem Supernode wäre das 80 Dollar pro Monat, versteht sich. Und bei einem Secure Node wären das nur 5 Dollar pro Monat. Bei Staking bräuchte man 500 und hier nur 42. Und dann Monthly Reward verständlicherweise ist dann auch etwa 5 mal höher, beziehungsweise 10 mal höher, entschuldigt, mit den knapp 20 bis 21 Zen, beziehungsweise hier 2 Zen. Das Ganze in Reward in US-Dollar, etwa 537 und dann 53. Das ist aber monatlich, Monthly Profit entsprechend hier mit 457, beziehungsweise 48 US-Dollar. Annual Profit etwa 212 Zen und hier etwa 22 bis 22 Zen. Denn die Profitabilität ist lustigerweise ein bisschen höher in Zen bei den Secure Nodes als bei den Supernodes. Und das ist ziemlich spannend, weil die Kosten eben etwa 1.082 sind und bei einem Supernode etwa 12.890. Von daher, ich werde das Ganze verlinken, da könnt ihr auch mal ein bisschen mit den Zahlen rumspielen. Ich glaube, das Ganze funktioniert auch dynamisch. Was hier wichtig ist, einfach hier File, Make, Copy. Das Dokument ist nicht von mir, ich habe es auf Reddit gefunden. Dann könnt ihr das Ganze anschauen. Nun, wenn ihr, sagen wir jetzt, ein Secure Node ready machen wollt. Und wie gesagt, wir haben in der Telegram-Gruppe bereits ein bisschen über Masternodes gesprochen und die Leute haben uns schon ein bisschen gefragt, hey, was denkt ihr bezüglich Masternodes? Sollte ich investieren? Eher nicht, das passives Geld etc. Ich bin der Meinung, dass Masternodes eine sehr coole Sache sind, aber man muss eben aufpassen, dass man dementsprechend durch das Setup eben kein Geld verliert. Man muss eben schauen, dass man den günstigsten Server nimmt, so eigentlich relativ effizient entweder eben staked oder eine Masternode eigentlich zur Verfügung stellt und so eigentlich das Geld verdient. Hier habe ich euch eine Anleitung noch gefunden. Ein bisschen lang, wirklich. Also, wenn ihr, vor allem, wenn ihr technisch nicht so versiert seid, könnte es ein bisschen schwierig sein. Aber ich muss auch sagen, die Anleitung ist sehr, sehr fair gestaltet. Von daher, falls ihr euch nicht auskennt, probiert es trotzdem mal. Viel zu verlieren habt ihr nicht. Ein Server, gemäß diesem Beispiel, kostet etwa 5 US-Dollar pro Monat. Das heißt, im schlimmsten Fall kündigt ihr den Server und habt 5 US-Dollar investiert. Das geht ein bisschen in die These bezüglich, man muss sich wirklich mit der Technologie befassen. Also, es reicht nicht einfach zu sagen, hey, ich möchte einfach passiv Geld verdienen, sondern ihr müsst euch auch ein bisschen mit der Technologie befassen und da, denke ich, ist das eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Eben die Anleitung haue ich euch auch noch ein. Ich mache mir vielleicht so einen Masternode, beziehungsweise eben so einen sogenannten Securenode, um mal ein bisschen zu schauen, wie einfach das Ganze ist. Wir haben eine Zencash-Analyse, beziehungsweise die Fundamentalanalyse, diesbezüglich haben wir noch nicht gemacht. Von daher ist das auch immer etwas, was wir in den Analysen machen. Es ist extrem wichtig, dass wir auch mit den Tools, beziehungsweise dem Protokoll ein bisschen herumspielen. So, das zum Thema Technologie, beziehungsweise dem Produkt. Schauen wir uns noch etwas anderes sehr Wichtiges an, das sogenannte Team, das Zen-Team. Ich habe es ein bisschen so gesplittet, indem ich eigentlich die Leute, die hier involviert waren im White Paper, das heißt Robert Viglione, Rolf Verslius und Jane Lippincott, sowie hier sehen wir auch Pierre Stabilini, Robert Viglione und Alberto Garofalo. Also, die vier, fünf Leute schauen wir uns mal im Detail an. Allgemein, wenn man durch die Teamseite geht, was mir sehr, sehr gut gefällt, sehr viele Entwickler, sehr viele Senior-Entwickler, sehr viele Leute, die wirklich repräsentativ für ein technisches Team sind. Zencash, wie gesagt, kommt ein bisschen von der Zcash, Zclassic-Schiene. Von daher werden die rein Ruf- und Reputationsmäßig sehr, sehr viel Talent anlocken, weil eben grundsätzlich in der Technologiebranche eben Sicherheit und Privatsphäre ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Aber schauen wir uns mal den, ich sage mal, Team-Lead, beziehungsweise Gründer hier an, Robert Viglione. Er ist der Co-Founder von Zencash und der President of Zencash, Zen Blockchain Foundation. Er macht das Ganze seit Juni 2017. Was hat er vorher gemacht? Schauen wir hier, er war bei der Air Force, das heißt, er war im Militär und hat da eigentlich als Projektmanager gearbeitet, bei unterschiedlichsten Projekten, hat nichts mit Krypto zu tun gehabt. Hier war ein Analyst, hat noch Kost- und Wirtschaftsanalysen gemacht für unterschiedlichste Produkte. Auch hier gar nichts mit Krypto. Hier noch ein Research Analyst, auch wieder mit dem, in Kombination mit dem Militär, also ein sehr starkes, ich sage mal, Militär-Background hier. Und dann war er noch auf der Universität in South Carolina und hat einen PhD in Finanzen gemacht, beziehungsweise steht hier immer noch present, das heißt, er ist eigentlich immer noch daran, bezüglich Finanzen einen Doktortitel sich zu erarbeiten und hat hier eigentlich auch schon diesbezüglich hier einen Link gepostet. Does Governance have a role in pricing cross-country evidence from Bitcoin markets? Das heißt, hier hat er sich wirklich damit befasst, ist seit etwa 2014 wahrscheinlich in dieser Krypto-Bitcoin-Welt und hat dann letztes Jahr sich dazu entschieden, hier mitzumachen. Als nächstes haben wir hier Rolf Versluis. Er ist ein Atlanter, was hier sehr spannend ist. Er ist ein Geschäftsbetreiber bereits und nicht von Zen, beziehungsweise hier ist er bei Zen Cash natürlich dabei, hat hier als Gründer im Mai mitgemacht, beziehungsweise hier noch als Verwaltungsratsmitglied. Was aber sehr spannend ist, ist, dass er hier als Block Operations Gründer eigentlich in Georgia hier arbeitet. Was hier sehr spannend ist, Block Operations ist eine Mining-Firma, das heißt, er hat eigentlich eine relativ große Institution, Firma, die eben mit Mining beschäftigt ist und macht das seit Juni 2016, also auch schon seit zwei Jahren und war vorher als CTO unterwegs, immer wieder in Georgia, aber auch hier nicht groß im, ich sag mal, Krypto-Bereich. Was hier aber spannend ist, auch in der US Navy, das heißt, auch ein bisschen im Militärbereich, vielleicht kann durchaus sein, dass sich diese Leute, das heißt, Robert und Rolf hier irgendwie im Militär mal über den Weg gelaufen sind, obwohl hier er eigentlich in der Navy war vor ziemlich langer Zeit. Von daher sehr unwahrscheinlich, könnte aber durchaus sein. Das heißt, er bringt vor allem die Mining-Geschichte, die Mining-Perspektive eigentlich ins Spiel. Dann als nächstes haben wir Jane Lippenkott, sie ist für das Business Development zuständig, ist aber auch Teil des Gründerteams, also hier auf der Webseite steht eben, ich glaube, Business Development Manager, wenn ich das richtig sehe, genau, Business Development Associate und ist hier aber auch im Gründerteam mit dabei, hat als Direktorin, als Beraterin in unterschiedlichen Firmen gearbeitet und wenn wir hier noch ein bisschen runtergehen, dann sehen wir hier, war hier, beziehungsweise ist momentan sehr viel in Krypto- beziehungsweise Blockchain-Sachen dabei. Vorher sieht man hier, hat sie nicht wirklich viel im Blockchain-Bereich gemacht beziehungsweise war im Finanzbereich tätig. Ein ziemlich langer CV, wenn man so ein bisschen, also kommt definitiv aus dem Finanzbereich, hat aber nicht direkt mit Blockchain-Technologie gearbeitet. Aber das ist absolut okay, das ist kein Problem, wobei hier eben August 2017, aber viel weiter geht es da nicht bezüglich Krypto und Ähnliches. Als nächstes haben wir eigentlich einen der Autoren von dem neuen White Paper, wir haben den Pierre Stabilini, er ist ein Senior Software Engineer bei CodeParticle, hat da entweder sein CV nicht geupdatet oder ist nur Part-Time mit dabei. Das heißt, kann durchaus sein, dass er hier bei Zencache eigentlich nicht dabei ist, obwohl er eben sagt, er ist Core Developer, also er ist eigentlich im Kernteam mit dabei. zeigt vom CV her auch, dass er wirklich versteht, von was er spricht, hat einen sehr, sehr starken Background in, ich sag mal, heavy Programmiersprachen wie Java, C, C++, also das sind Sprachen, Programmiersprachen, die nicht einfach so jeder mal auf dem Kasten hat. Von daher sieht es wirklich so aus, als würde er seit langem in diesem Bereich arbeiten und dementsprechend auch Zencache vorantreiben. Dann haben wir schlussendlich noch Alberto Garofalo, bei ihm sehr ähnlich. Er war bereits CTO bis letzten, beziehungsweise diesen Jahres etwa vier Jahre lang, drei Jahre und zehn Monate und war hier auch in der, ich sag mal, Video- beziehungsweise Nachrichtenprotokoll-Aspekt involviert, hat auch einen sehr, sehr starken technischen Background, von daher, das spricht definitiv für Zencache. Auch er hier Monate, wenn nicht jahrelang als Senior Softwareentwickler gearbeitet, von daher, das ist definitiv ein starkes technisches Team und wenn wir, wie gesagt, den Rest so ein bisschen anschauen, sie haben sehr, sehr viel Entwicklung und das ist sehr, sehr positiv. Alles in allem, was halte ich von Zencache? Ich muss sagen, ich finde das Thema, beziehungsweise die Firma sehr, sehr spannend. Vor allem, was mich sehr interessiert hat, ist so ein bisschen die Zusammenkunft von Zencache, beziehungsweise Zenclassic, von was ich eigentlich nicht viel gehalten habe, und Bitcoin. Und obwohl rein ethisch oder philosophisch, sagen wir mal, das Ganze sehr spannend sich anhört, was mir nicht so gut gefällt, ist eben so ein bisschen das breite Streuen. Man versucht ein bisschen alles zu machen, man versucht quasi das Geld zu gründen, eine Chat-Software zu entwickeln, etwas für die Medien zu machen und gleichzeitig ein bisschen Privatsphäre ins Internet zu bringen. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein bisschen zugewagt. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist das ganze System mit dem sogenannten Secure und Supernode. Mit dem werde ich mich sicher noch ein bisschen mehr befassen. Das finde ich sehr, sehr cool. Supernode finde ich ein bisschen, ist für mich zumindest nicht sehr spannend oder nicht sehr relevant, aber ein Secure-Node finde ich durchaus spannend, würde ich auch gerne mal gemäß dieser Anleitung ausprobieren und dann auch entsprechend meine Erfahrungen mit euch teilen. Von daher, ich würde sagen, wenn ihr grundsätzlich an Privatsphäre, wenn das Teil eurer Investment-These ist, dass eben Privatsphäre und Privatsphäre ähnliche Themen immer wichtiger werden, dann, wieso nicht, schaut euch mal Zencash an, spielt mal mit einer sogenannten Secure-Node herum. So viel Geld ist es nicht. Bevor ihr investiert, solltet ihr ja immer die Technologie verstehen. Befasst euch vor allem, wie gesagt, auch mit der Community. Das denke ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das habe ich jetzt mal in dieser Kurzanalyse weggelassen. Die Community ist sicher ein sehr, sehr spannender und ausschlaggebender Teil dieser Analyse. von daher würde ich auch als nächstes genauer anschauen. Mit dem, Leute, sind wir am Ende der heutigen Folge. Wie immer, gebt mir einen Kommentar unter dieser Folge und gebt mir vor allem einen Daumen hoch auf YouTube. Sagt mir, was ich als nächstes analysieren sollte. Ich habe schon ein paar auf der Liste, werde mir aber noch einiges anschauen. Von daher, einfach mal kommentieren. Ich nehme das Ganze auf die Liste und poste jetzt eher seltener dafür längere Videos auf dem YouTube-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Macht's gut.